Es fehlt an Nachwuchs im Sylter Handel, im Gastgewerbe und dem Handwerk. Händeringend suchen Sylter Betriebe nach Auszubildenden. Die Lehrstellenbörsen der IHK in Flensburg und der Handwerkskammer melden derzeit 38 bzw. 40 freie Ausbildungsplätze. Regelmäßig werden auf der Insel Lehrstellenrallées veranstaltet. Jugendliche bekommen die Möglichkeit, in Ausbildungsberufe hineinzuschnuppern. Trotzdem bleiben viele Stellen unbesetzt. Die IHK Flensburg unterstützt und berät mit dem Projekt passgenaue Besetzung, kleine und mittelständische Betriebe passende Bewerber zu finden. Der Kontakt mit Sylter Unternehmen ist dabei bereits sehr eng. Die Erfolge geben dem Projekt Recht, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und den Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Auch Eltern können ihre Kinder auf das Projekt aufmerksam machen. Die Beratung findet in Hosum oder bei großem Bedarf auf Sylt statt.